Hi, mein Name ist Magali, ich bin ausgebildische medizinische Fachangestellte und arbeite bei Asclepios in Wiesbaden. Ich arbeite in der Endoskopie, dort machen wir Magen- und Darmspiegelung für Vorsorge gegen den Krebs. Besonders Spaß macht es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, den Menschen helfen zu können und vor allem auch, dass ich selbstständig arbeiten kann. Besonders Krebs gefällt mir besonders gut, das Team, mit dem ich arbeite, wir verstehen uns alle super gut. Wir harmonieren alle richtig schön und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten. Asclepios öffnet einem sehr viele Team, was das angeht. Wenn du dich bei Asclepios bewerben möchtest, solltest du auf jeden Fall teamfähig sein, es sollte dir Spaß machen, mit Menschen zusammenzuarbeiten und du solltest auf jeden Fall verantwortungsbewusst sein.